Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, also nochmal gerade, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, äh, ihr habt es zweimal gehört, aber ich wollte es einfach mal zweimal sagen, weil das ist lustiger. So ein Mongo, ey. Geht's direkt wieder los. Mit Kubi und mir, ja, es geht direkt weiter, knallhart, Bombe auf Bombe, äh, was ist das Zeug? Arsch auf Koks und so. Arsch auf Kuppe, oder was? Arsch auf Koks. Arsch auf Koks. Der sprintet einfach nicht. Der Spacken. Das sieht mega geil aus. Irgendwann machen wir so einen Aufnahmetag, so Marathon-mäßig. So 12 Stunden Aufnahme. Boah, yo. Erstmal, erstmal die Festplatte ficken. Genau, erstmal alles auslassen. So wie Pascal. Warum? Der fickt seine Festplatte auch hin morgen. Aber wirklich dann, ne? Ja, also richtig mit'n Dödel rein. Mit'n Dödel? Alter. Habt's geschafft übrigens. Ja, ist mir eigentlich egal. Ja, bei mir nicht, Mann. Ey, Alter. Nimm mal ne Pilzschel. Schüppel. Mongo Pi. Mongo Pi, Mongo Omega. Ich muss diesen. Gesundheit. Boah, das war ne Bombe, ey. Hast du gehört? Hast du getroppt, ja? Die N-Bombe. Die Nils-Bombe. Die Nils-Bombe. Mal wie schlecht. Oh mein Gott, der ist so scheiße. Ja, der ist echt richtig scheiße, ey. Oh, Mann. Die N-Bombe, die Nils-Bombe, ey. Scheiße, ey. Die Nils-Bombe? Nein! Oh, was ein Vergesprung. Gut, dass er voll gegangen ist, weil das hätte glaube ich nicht ausgehalten. Nee. Ab der Nils-Bombe wäre für uns gestorben gewesen. Warte mal. Treff ich dich. Ja, man kann cutten, oder? Äh, nee. Doch. Es geht. Glaube ich. Ich teste es auch mal aus. Ich glaube das Dumme ist, ich habe einen Checkpoint geöffnet. Doch, habe ich geöffnet, ja. Ich darf hier nämlich wieder durch. Du nicht. Ist natürlich Blut gewesen, weißt du. Ich spring wieder zurück und der Checkpoint ist nicht offen. Ja. Nee, das geht nicht. Es war zu früh. Ich weiß nicht, du kriegst den echt krass Speed auf Eis. Ist ja vielleicht von dem Eis. Ich glaube auch nicht, das steht. Du kommst viel easier hier rum einfach, weißt du. Ja, eigentlich schon. Ich wäre wahrscheinlich schon lange durch jetzt. So lang, so bam 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 pimmeln Schwanz. Hast du eigentlich Left 4 Dead? Zwei? Ja. Ja, immer noch. Wir wollten uns immer noch zusammen zocken. Okay, dann werde ich halt das Speed noch runterladen. Ach, du hast es noch nicht runtergeladen. Nein, das ist alles Problem. Ach so. Ja, ich bin schon lange fertig mit der Challenge, aber ich mache mal weiter einfach. Ich habe echt in letzter Zeit ziemlich Bock drauf. So ein bisschen. So ein bisschen ballern. So ein paar Zombies töten und so ein Zeug. Ja, nicht viele. Wenn wir mit Blöcken rumspielen, Lego-like, das macht mir in der Weile keinen Bock mehr. Genau. Ich stehe auf dem Häuschen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Ich fand den gut. Oh, bin ich drüben? What? Es lag genau in dem Moment. Ja, dann nochmal. Ich hatte echt ein Standbild und ich war eigentlich schon drüben ohne Witz. Ich war vor dem Eingang. Also bei mir sah es lustig aus, du standest in der Luft. Ich habe das durch. Ja, komm hast du durch. Das ist ja schwul. Du standest in der Luft mit dem Kopf voll gegen den Holzblock, ne? Ja, ich verstehe auch nicht. Oh, was ist da? Tell. Hi. Oh. Ja, okay. Also Left 4 Dead müssen wir mal machen. Ja, gell. Wie gesagt, es soll auch in Left 4 Dead 3 rauskommen. Das werde ich mir dann auch auf jeden Fall auch hören. Auch mehr Zombies ist ja richtig gay. Ich glaube Left 4 Dead 3 soll dann mit Alienartigen Viechern werden. Ja? Mit Aliens? Ja. Also mit Ali- Ja klar mit echten, ey. Ohne Fake. Ohne Fake. Ich denke mal so ein Alien-Zombie-Mischmasch. Ja, ach so. Eigentlich cool nur. Es sind ja schon Zombies dabei. Stimmt ja, da war was. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe nicht Steuerung, sondern, äh, ich habe Steuerung gedrückt anstatt Shift. Ist eigentlich coole Idee, nur nicht dass es dann irgendwie zu sehr abweicht. Ist gar keine gute Idee, Steuerung anstatt Shift zu drücken. Junge, ich versuche hier ein Thema anzufangen und du bist so ein Spinner. Gehst du überhaupt nicht drauf ein? Nö. Bei dir doch nicht. Ficker. Ficker ey. Ich mache jetzt nicht mehr mit. Nie wieder. Ich gebe dir 5 Sekunden. Nein! Nein! Schleeeeech! Sau schleeeeech! Hast mich nicht mal gesehen. Ich könnte schon 2 mal durch sein. Ja, ich bin's halt nicht. Aber ich könnte. Wenn ich wölte, könnte ich. Aber ich könnte. Wenn ich wölte, könnte ich. Der hat das Wort wölten gibt. Du hast mir da Feuer hingeschossen. Ernsthaft? Nö. Warum brennt's dann? Weiß nicht. Äh. Schon kurios, ne? Du sollst es nicht so inflationär benutzen, weil ähm. Da ist ja nur Eis. Und Holz. Deine Challenge schmilzt einfach. So ein Bongoerzer. Die Challenge schmilzt einfach weg. Die Challenge. Woah. Ich hab meinen Pimmel auf die Kante geschlagen, ey. Ey, 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 ey. Oh. Ja, Positiv hoch. Ja, ja. Porten. Ich geh in Game-Mode rein, ey. Okay, ja. Scheiß auf Porten. Porten ist viel zu Mainstream. Ich wette, ich schaff das nicht. Ich hab's geschafft. Ich bin so mighty, 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 mighty. My tea. My tea. My tea is kalt. Das ist blöd, oder? Scheiße. Scheiße gelaufen, wa? Komm, ey. Mach keinen Stress, ey. Nimm die Tränke auf, weil's wär's... Nimm dir den Mund und... Äh, ja, okay. Das fängt wieder an. Ja. Die Madness geht wieder los. Alter, leck mich doch. Leckst du wieder? Hm. Nee. Du holst jetzt einen Unsichtbarkeits-Trank? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, echt nicht. Ey. Was? Und dann holt er sich einen Bogen und dann geht er gleich offline. Ich will raus. Mann, ich flieg ständig raus. Als Begründung, ich darf nicht fliegen, hä? Ah, mega geil. Ja, hör auf zu fliegen, ne? Die Scheiße, hä? Alter, geh halt ausm Game-Mod raus. Bin ich ja nicht. Hm, hm. Das wird jetzt so weit gehen, bis ich aufm Boden falle. Könntest du da vielleicht noch was hinbauen? What? Am Anfang der Challenge was hinbauen, dass ich mehr aufm Boden komme. Ne, lock dich mal ein. Ja, warte. Warte. Geht grad nicht. Tja, das kann ein bisschen dauern, wenn du jetzt nichts hinterlässt. Warte. Geht's jetzt los, oder was? Alter, wie geil. Warte, ich mach den Challenge dann fertig oder fall runter. Bin ich bald unten, oder? Warte, warte. Ich hab den Challenge fast geschafft. Ja, letzter Nippe. Ja, ich bin drüber. Gut. Ich hab's in der Aufnahme. Boah, Alter. Hört auf zu cheaten, gell? Ne, will ich aber eigentlich nicht. Will mein Aim-Bot nicht ausmachen. Okay, jetzt mach ich ihn aus. Also ich hab die Challenge eben geschafft. Was ist das für ein scheiß Aim-Bot, weißt du? Bist du in der Luft und fliegst runter. Ja, und dann, äh, das ist halt am Fliegen und deswegen darfst du halt nicht, ne? Vollkommen liegen. Wie bist du hier drauf gekommen auf das? Ähm, du musst von dem hier. Ja. Auf den hier drauf. Ah. Und dann wieder drauf. Und dann wieder drauf. Und dann wieder drauf. Und dann finde ich es gut, du hast du eigentlich wenig Chancen runterzufallen. Ah, du hast gleich TNT fallen. Ja, das wär geil. Ich hab Bock auf TNT. Kannst du einem Wasser machen? Ja, aber ich mach sowas best, was du bei dem einen gemacht hast. Ich mach nen TNT-Turm. Ja, bitte. Wo ist er wieder raus spritzt, ja? Wie bei unserer allerersten Adventure, wo wir uns quasi kennengelernt haben. Richtig süß. Oh, ja. Da hat's richtig richtig gespritzt. Oh, ja. Nicht nur bei dem Turm. Nee, nee, nicht nur bei dem Turm. Nee, nee, nee. Ich lass unten extra raufen, damit der Boden Schaden kriegt. Und du? Fast fertig. So wie zum Thema fast fertig, ne? Ist überbewertet, gell? Ja, ja, ja. Ja. Ach, sind doch hier die Nippel? Ja, ist ja easy. Von Obsidian. Bist du schon durch? Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja. Chill? Chill ist mein zweiter Name. Chill? Das muss ja richtig spritzen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Mach's mal auf. Ei, nee, nee. Das ist Obsidian. Aber das andere ist Eis. Hier ist Eis. Stimmt. Hm. Ja, das zählt wie Obsidian. Er wird natürlich aufgemacht, ne? Ey! Das darfst du nicht. Warum nicht? Weil wir können keine Waffen verwenden. Ist ja arschkopfig. Man, ich wollte voll geil im Flug wegschnacken. Wie so ein Stinker. Ja, wie ein Stinker. Ich hol mir auch gleich einen Bogen. Ja komm, es bockt sich doch. Alter! Ey, komm ich hätte dir fast rüber geholfen. Hast du aber nicht. Aber fast. Tötest du mich ja jedes Mal fast. Ich war auch für meinen dann. Jetzt hör dich auf mit diesem Drecksbogen, ey. Ernsthaft. Kubi? Ey, ich will nicht gehen. Alter! Mann, ist das so ein Mongo, ey. Ernsthaft. Ist das so ein Mongo, ernsthaft? Oh ja! Big Loot. Nein! Jetzt gib mir mein Zeug wieder. Ernsthaft. Biatch. Ey, weißt du, bei meinen Diamanttränken, da werde ich ranzig. Diamanttränken? Ja, jetzt gib mir mein Scheißzeug wieder. Mein Drecksdiamantzeug. Äh. Bitch. Ich krieg ihn einfach! Voll pro-life! Alles einfach... Bababababababababababababababababababababababab! Also sorry, ich find das so lustig. Hab ich dich erwischt? Nene! 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 Scheiße. Boah, Alter, ernsthaft! Das zieht mir gar nichts. Du bist so ein Mongo, ernsthaft! Ah, du bist ein Creative Mob. Da kann ich schießen, wie ich will. Ja, ich weiß. Du machst jetzt nicht Flamme oder sowas drauf, Alter. Nein. Ach, nicht Unendlichkeit. Nein. Gar nicht Power. Hast du einen Bogen genommen? Nee. Ernsthaft? Hä, du nix, keiner. Jo, wie das gar nichts zieht, ey. Ich pfeile wegen dir, ey. Ja, komm jetzt was weitermachen. Nein! Ich wollte es doch anziehen! Ja, geil! Boah, Alter, ernsthaft! Ich wollte das weitermachen. Ich will da... Ich will da...